guten morgen hallöchen so ich melde mich jetzt noch mal hier draußen von der von der schweinekoppel schweineweide und von dem von dem hühnermobilbereich und hoffentlich demnächst hoch unsere halle jetzt sieht ja schon ganz gut aus also vielen lieben dank schon mal also wir haben jetzt ich würde sagen 90 prozent erreicht fehlt jetzt noch ein bisschen aber ja also sieht gut aus also ein bisschen fehlt uns noch würde also schon mal echt voll cool dass das so geklappt hat als lea zu mir kam und meinte das probieren wir dachten du das lobe ich nicht so richtig aber bin einfach überwältigt vielleicht kann man nicht sagen ja für alle die gespendet haben jetzt eigentlich eine party in der rundbogenhalle fällt aber wahrscheinlich aus nehm ich mal an also ganz oder kranich sollte dann spielen wir haben eine band für alle die es jetzt noch nicht wissen ganz oder kranich kann man auf youtube gucken wir haben genau ein song hochgeladen der übrigens hier auch entstanden ist beim erntedankfest ja und vielen dank auf jeden fall schon mal und wer noch bock hat ein bisschen zu spenden dann haben wir ihnen sagt zu und können hier die halle kaufen genau also macht zütt tschau